So, jetzt haben wir die Info, dass das Webinar aufgezeichnet wird. So, ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Webinarraum. Herzlich willkommen zu unserem deutschen Webinar heute. Mein Name ist Mirko Schirmer. Ich komme aus Sachsen und wohne in einem kleinen Dorf in der Nähe von Dresden. Ich bin beruflich für ein Unternehmen tätig, was sich mit der Windenergie hauptsächlich beschäftigt und habe Web-Token-Profit kennengelernt. Allerdings, das bitte ich auch gleich von vornherein zu beachten. Es ist heute hier keine Finanzberatung, die ich mit Ihnen mache, sondern ich stelle lediglich einmal vor, worum es sich hier bei dem Projekt handelt. Ich kenne es selbst erst seit diesem Jahr, also auch noch nicht so lange. Mir geht es heute vor allem darum, dass wir jetzt nicht stumpf hier diese Folien abarbeiten. Die sind natürlich sehr hilfreich. Ich möchte vielmehr auch Ihnen mal erklären, wie ich dazu gekommen bin, zu der ganzen Sache. Vielleicht ganz vorab. Meine Sichtweise zur WTB, sage ich mal als Abkürzung zur Web-Token-Profit. Wie gesagt, ich bin momentan auch relativ von Anfang an dabei. Ich bin ganz am Anfang, sagen wir es so. Ich bin ganz am Anfang, so wie Sie auch, und kannte das überhaupt noch nicht. Ich habe mich natürlich auch und so umgesehen im Internet nach irgendwelchen Möglichkeiten. Ich kannte schon einige andere Unternehmen, die auch für Investitionen bekannt sind und diese auch erfolgreich machen. Aber wir wissen ja alle, es gibt da auch viele schwarze Scharfe und ich bin da immer sehr, sehr skeptisch am Anfang. Ich muss das immer erst mal testen, möchte gerne probieren. So kann man das nicht überall machen. Sie wissen ja selbst, wenn man irgendwo mal 1.000 Euro investieren soll, das funktioniert natürlich sehr schlecht. Ich bin zwar gerne bereit, auch mal etwas zu wagen, aber wie gesagt, ich bin der Typ, der sich erst mal irgendwie absichern muss. Und bin natürlich auch gefeilt oder nicht gefeilt vor irgendwelchen Betrügern im Internet. Allerdings muss ich sagen, es war eine Tippel-Tappel-Tour, ehe ich dann hier gestartet bin. Ich hatte erst den Boris kennengelangt im LinkedIn. Das war für mich ganz wichtig. Da hatte ich eine kurze Nachricht geschrieben und er hat mir dann kurz erklärt, nach, worum es sich handelt. Ja, ich ließ dann zwei bis drei Wochen vergehen. Musste nicht so richtig. Irgendwann hat er mich zum Telegram-Channel hinzugefügt. Die Einladung habe ich herzlich gerne angenommen. Aber wieder habe ich ungefähr drei Wochen vergehen lassen. Wie gesagt, ich bin sehr skeptisch. Ich habe mir die Kommentare durchgelesen. Ich habe mir die Anzeigen angeschaut, die dort kamen. Und irgendwie war das für mich dann doch sehr interessant geworden, weil es sehr breit gefächert schien und nicht strikt darauf abzielte, dass man irgendwo Geld hinschmeißen sollte, dass man irgendwo Geld raushauen sollte. Sondern es war alles sehr seriös und sehr sachlich geschrieben. Jemand hat einen gedrängt, um irgendwo etwas zu investieren. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt fragst du mal weiter nach. Ja, ich habe dann Boris erneut kontaktiert. Das ist in meiner Upline. Er hat mir dann doch noch ein bisschen mehr erzählt. Hat mir dann auch mal erklärt, wie ich denn auf der Web-Token-Profit-Homepage mich zurechtfinden kann. Und ja, es war für mich sehr interessant, das ganze Projekt mal zu betrachten. Und vor allem auch diese Fülle von verschiedenen Programmen, die alle irgendwo mit Geld und Investment zu tun haben, aber auch natürlich mit Profit machen. Das fand ich durchaus sehr lobenswert, wie die ganze Firma, sage ich jetzt mal, strukturiert ist und das ganze aufbaut. Jetzt wissen Sie ja vielleicht auch schon, das handelt sich um den eigenen Coin, den ja Web-Token-Profit entwickelt, den WEC-Coin, mit dem hier alles bezahlt und sämtliche Käufe oder Verkäufe erledigt werden. Wir kommen dann gleich noch auf den Folien drauf zurück, geben darauf noch ein bisschen näher ein. Sie wissen, ich weiß jetzt auch nicht genau, in welchem Stadium Sie überhaupt alles hier sind. Das ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Ja. Jedenfalls möchte ich Ihnen meine Erfahrung noch mal kurz mitteilen. Von Beginn an war es halt so, dass man sich doch erst mal ein bisschen zurechtfinden musste auf allen Homepages, die es hier gibt. Ob das jetzt ein Web-Token-Profit an sich war oder auf dem Crypto Accelerator, den ich auch jetzt mittlerweile nutze. Ja, aber was ich sagen muss, und das fand ich sehr interessant, dass ich jederzeit irgendjemanden fragen konnte, ja, in meiner Ableitung. Ich konnte jemanden kontaktieren und habe auch sofort eine ordentliche Antwort bekommen und das schaffte bei mir so ein gewisses Vertrauen. Ja, also irgendwann habe ich dann auch mein Geld investiert und ich muss sagen, das hat funktioniert. Ja, die täglichen Auszahlungen, die da beschrieben werden, die sind dann wirklich auch angekommen. Das ist für mich sehr interessant gewesen. Und zudem, wie ich vorhin schon mal kurz angerissen hatte, musste man nicht irgendwo 1000 Euro reinschmeißen gleich, sondern Sie können hier starten mit 30, umgerechnet 30 Dollar. Ja, US-Dollar. Das fand ich sehr interessant. Und diese Möglichkeit, die wollte ich natürlich dann mal mit ausnutzen, einfach probieren. Ich habe es getestet, wie schon gesagt, es hat funktioniert. Und das war für mich das Wichtigste. Ja, das schaffte bei mir natürlich dann auch Vertrauen. So. Anfangs erscheint natürlich dieser Profit, den man dort ja angeboten wird überhaupt. Der erscheint natürlich sehr, sehr hoch. Ja. Aber ich muss sagen, ich kenne eine ähnliche Anlageform, ein ähnliches Investment und da hat es genauso funktioniert. Und deshalb war es für mich jetzt kein Problem, dass wir jetzt mal hier starten mit Web-Token Profit und das Ganze, dem Ganzen mal eine neue Richtung geben, auch von mir aus, mal einen neuen Weg aufzeigen oder aufgezeigt bekommen, mit Hilfe von, wie gesagt, meiner Uplein. Und das fand ich ja, wie gesagt, sehr interessant, dass jeder hier bereit ist, einem anderen zu helfen. Ja, das finde ich persönlich sehr wichtig. Ich habe es kurz schon angesprochen, dass ich investiert habe, selbst natürlich, in das Web-Token Profit. Ja, ich erkläre, wie gesagt, alles aus meiner Sicht. Ja, ich bin jetzt nicht irgendein Moderator von der Firma direkt. Natürlich möchte ich das präsentieren hier, aber ich lasse da gerne meine Erfahrung mit einfließen und Sie können auch natürlich mich gerne fragen oder auch natürlich in Ihrer Ableiben, wenn Sie irgendwelche Fragen dazu haben. Ja, kommen wir zu den Folien und arbeiten uns mal so ein bisschen durch, dass wir ja diese Stütze haben. Also Web-Token Profit, also ich denke auch, vielleicht sind ein paar neue Leute sogar dabei, die noch nie etwas davon gehört haben, für die ist das natürlich erst mal wichtig zu erfahren, worum es geht überhaupt. Wir sehen, Web-Token Profit, das soll eine globale Gemeinschaft irgendwann werden, beziehungsweise ist sie schon. Viele, viele Mitglieder aus sämtlichen Ländern haben wir hier schon mit dabei. Und ich sage jetzt immer mal, diese Gemeinschaft nutzt komplett diese Programme, die von Web-Token Profit zur Verfügung gestellt werden, um Investments zu tätigen, um Profite zu erzielen. Einer kurzfristig, das andere längerfristig. Aber grundsätzlich gilt als Rechnungseinheit immer der WEC-Coin. Aha, es geht also auch um eine Kryptowährung, um einen Coin, ähnlich wie natürlich der Bitcoin oder andere, der jetzt gerade geschaffen wird, beziehungsweise geschaffen ist und immer weiter geschaffen wird, durch jeden Kauf, jeden Verkauf, den Sie tätigen, den die Community in sich schon getätigt hat, entstand, jedes Mal werden neue WEC produziert. Das ist ein bisschen anders in meinen Augen und das finde ich sehr interessant zu anderen. Es gibt ja ganz viele, die irgendwo sich dem Mining verschreiben im Internet, im Web, in welches man auch investieren kann mit meist Unsummen. 1.000 Euro aufwärts ist dann natürlich, da sind keine Grenzen gesetzt und es wird strikt nur praktisch der Vorgang des Minings an sich bezahlt damit. Ja, also Sie investieren dann nur in, um am Ende... Yes, yes Roman, it's okay. Okay. Ganz kurz, der Roman hat mir gerade gesagt, ich soll die Folien dann bitte weiterrücken. Ich soll das nicht vergessen. Aber soweit sind wir ja noch gar nicht. Yes, Roman, I will do it. That's time. So, deshalb ganz kurz noch von mir. Jetzt hat er mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Was ich sagen wollte natürlich, das hat nicht nur dieses... Man investiert nicht nur in das typische Mining und am Ende in den Strom und in die Rechenkapazitäten, die dafür benötigt werden, sondern hier arbeitet ein ganzes System darin, da an verschiedenen Programmen. Ja, und das ist auch damit gemeint, wenn hier im ersten Satz steht, wir arrangieren ein widerstandsfähiges und belastbares Wirtschaftssystem um eine Gemeinschaft von Investoren und Partnern. Sie werden immer wieder das Wort Gemeinschaft treffen. Und wie vorhin schon gesagt, mittlerweile sind wir aus etlichen Ländern dieser Erde eine große Community geworden. Und ja, das steht alles hier auch nochmal drin. Ich muss sagen, die Folien sind mir heute erst vorgelegt worden. Ich kannte vorher andere, muss mich da ein bisschen einfätzen noch. Ja, das, wie gesagt, da WIC eine ganz eigene Koptowährung darstellt, haben wir nochmal hier. Die Mission des Projekts ist es, WIC als Basis in allen verfügbaren Verbraucherbereichen zu nutzen. Wie gesagt, dazu ganz kurz, wir stehen da jetzt ganz am Anfang. Es sind verschiedene Programme gestartet. Alle kombinieren und bauen auf den WIC-Coin auf. Und das Ziel ist es tatsächlich, dass wir irgendwann mal vielleicht dass wir irgendwann mal vielleicht eine komplette Range haben an allen möglichen Verbraucherartikeln und Projekten, die es gibt, wo wir diesen WIC-Coin nutzen. Das heißt, es steht praktisch wie eine kleine eigene Währung in unserer Gemeinschaft. Um das mal verständlich zu machen. Das ist das Ziel des Unternehmens. Und das ist genau das, was ich halt so interessant finde, dass man hier innerhalb dieser Community diesen WIC an sich aufbaut. Und nicht, was ich vorhin sagte, nur über irgendwelches Mining sein Geld reinbordert und reinsteckt und am Ende vielleicht nichts rausbekommt. Also man hat immer hier irgendwo einen Gegenwert auf, den man erhält. Jetzt haben wir hier nochmal auf dieser Folie die ganz wichtigen Etappen vom Web-Trop-Projekt. Sie sehen, dass im zweiten Halbjahr von 2018 die Einrichtung der Plattform entstand. Da sind ausschließlich führende Blockchain-Experten am Werk, die hier für WIC arbeiten und das Ganze auch mit Planen tagtäglich unterstützen natürlich und ihre Erfahrungen damit einbringen. Das ist sicherlich wichtig, dass man solche Leute mit an der Hand hat. Alles begann mit der Untersuchung der Bedürfnisse der Benutzer auf Handelsplattformen. Sage ich jetzt mal, nicht vielleicht nur auf einer. Und das hat halt ergeben, dass eine sinnvolle Lösung darin besteht, eine dezentrale Handelsoberfläche zu erstellen. Machen viele? Ja. Haben sicherlich auch viele von Ihnen schon gehört? Ja. Aber in diesem Umfang, mit diesen ganzen Bausteinen, die Sie vielleicht nachher noch kennenlernen werden, irgendwann, sofern Sie an einer Partnerschaft unserer Gemeinschaft interessiert sind, und das würde ich Ihnen wirklich am Herz legen. Das sollten Sie unbedingt mal probieren und testen zumindest. Dann werden Sie auch erfahren, was denn wirklich das alles bedeutet im Nachhinein. Man kann das jetzt sicherlich nicht begreifen. Wenn man das jetzt auch so von mir vorgetragen und einfach nur hört, werden Sie am Ende vielleicht sagen, ja, hatten wir schon, hatten wir schon, hatten wir schon, hatten wir schon. Aber ich glaube, Sie müssen das erleben. Und ich weiß auch, dass die Initiatoren, die jetzt hier dahinter stecken, sehr, sehr viele neue Sachen entwickeln. Es wird jetzt demnächst noch ein ganz neues Programm kommen, was absolut fantastisch ist. Ich kann dazu jetzt auch noch nichts sagen. Aber die Entwicklung geht immer weiter und es wird immer rasanter. Natürlich ist das auch ein ganz wichtiger Baustein, dass sehr viele Leute mitarbeiten, sehr viele Leute in der Community sind. Das ist natürlich auch klar. Sonst funktioniert das Ganze nicht. So, gehen wir weiter. Die Krypt, ja genau, das ist unsere Kryptowährung. Richtig. Nochmal zum WEC an sich. Also auch hier wird der WEC Coin in einer Blockchain generiert natürlich. Was ich vorhin schon sagte, jeder Kauf, jeder Tausch, jede Umrechnung, die wir hier innerhalb unserer Community haben, trägt dazu bei. Und das trägt vor allem zur Stabilisierung des Coins bei. Es gibt auch insgesamt nur 21 Millionen. Das ist natürlich, kommt man irgendwo von Bitcoin auch, diese Anzahl. Ja, damit haben wir auch einen begrenzten Wert. Und das Ganze ist natürlich auch in dem sogenannten Smart Contract fixiert, der die Erstellung oder Einführung und Erhaltung des WEC praktisch beschreibt. So, ne, kann man sagen. Ja, das ist genau das, was ich schon gesagt habe. Jeder Kauf, jeder Verkauf. Der Herr trägt dann zur Entwicklung des Coins bei. Ich hatte schon angesprochen, wir haben hier verschiedene Bausteine. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, um für Sie tatsächlich Geld zu verdienen. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig zu sagen, wir sind jetzt die Besten, wir sind die Größten. Sondern wir arbeiten ständig daran, dass sich hier etwas entwickelt. Dass unsere Initiatoren im Hintergrund immer neue Sachen entwickelt oder entwickeln. Und das finde ich halt, ist sehr wichtig, auch für die Zukunft. Das ist also nicht mal so ein kurzer Hype, den wir hier erleben werden von WEC. Dessen sollten Sie sich vielleicht wirklich mal bewusst werden, was hier am Ende für eine Kraft dahinter steckt. Ja, und jetzt haben wir zum Beispiel unsere Investment-Plattform und unsere Marketing-Partner-Programme. Die Analysen der Investment-Märkte sind ein ganz wichtiger Baustein. Denn das ist natürlich irgendwo ein Grundelement dafür, dass wir auch einen Profit irgendwo erwirtschaften, den wir Ihnen natürlich auch gerne auszahlen. Das darf man nicht vergessen. Der Rest hat man schon in der Trendentwicklung. Das entwickelt sich automatisch aus den Vorgaben. Und natürlich auch die Möglichkeit, neben allem das passive Einkommen über Profite zu generieren. So, jetzt haben wir erstmal verschiedene Bausteine, die ich schon angesprochen habe, die bisher existieren und funktionieren. Gehen wir einmal ganz kurz durch. Diese Tools ist natürlich unser Web-Token-Profit-Binary-System, der Crypto-Accelerator, Golden Ratio, Coin-Galaxy, das ist unsere Crypto-Tausch-Börse. Profit wird ebenfalls ein Investment und auch der Puzzle, der Puzzle-Market. Sie lesen unter den Satz, ich hatte es vorhin schon mal angewiesen. Bald schon werden innerhalb der Puzzle-Market-Trading-Plattform viele verschiedene profitable Tools zusammenarbeiten. Das ist genau das, was ich vorher meinte. Es spielen hier ganz viele Projekte in dieser Gemeinschaft eine Rolle, die ein großes Ganzes bilden. Das heißt nicht, dass Sie sich an jedem beteiligen müssen. Nein, Sie können eigentlich so machen, wie Sie wollen. Sie können sagen, ich investiere mein Geld und lasse das aber in diesem Binary-System einfach arbeiten. Sie können sagen, ich nutze den Crypto-Accelerator, was ein bisschen eine langfristigere Anlage ist, die das sogenannte Staking nutzt. Ich muss mal schauen, wie die Folien jetzt weitergehen. Ich bin, wie gesagt, noch ein bisschen überfordert, aber, dass diese Folien gerade heute erneuert wurden, das ist für mich sehr kurzfristig. Hier haben wir mal ein paar Zahlen und Fakten zum Web-Token-Profit an sich, der die Tätigkeit 2011 im Februar aufgenommen hat. Mittlerweile sind schon über 15.000 Partner angeschlossen. Und wir haben Investoren aus 32 Ländern. Ich glaube, das sind mittlerweile auch mehr geworden. Web-Token-Profit nimmt in der Welt der Crypto-Währungs-Investitionen in den ersten Platz ein. Das bedeutet natürlich auch, wenn man verschiedene Plattformen schafft, verschiedene Möglichkeiten auch Geld zu verdienen, Geld zu generieren, sogar aus seinem eigenen und das mit sehr wenig Einsatz an und für sich, muss man natürlich auch viel investieren. Das ist da selbstverständlich. Daher kommt natürlich auch logisch der erste Platz in der Welt, wenn man das betrachtet. Wir hatten mehrere Plattformen zum Investieren. Mindestinvestitionen ab 30 Dollar. Das hatte ich Ihnen auch schon gesagt. Und Laufzeiten liegen zwischen 30 und 350 Tagen. Je nachdem Projekt, in welches Sie sich gerne eintragen möchten, in welches Sie investieren möchten. Die Projektgewinne entstehen natürlich durch Verzinsung oder auch durch individuelle Ziele des Partners. Was bedeutet das? Das bedeutet natürlich, wir haben auch ein gewisses Bonussystem hiermit integriert. Das bedeutet also, wenn Sie für sich einen neuen Partner gewinnen, bekommen Sie von dem natürlich auch noch ein paar Prozente als Dankeschön von der Firma praktisch gut geschrieben. Das ist also damit gemeint, dass Ihre individuellen Ziele belohnt werden. Also Sie können natürlich sagen, ich suche mir einen Partner und das ist mir egal, lass es dann laufen. Sie können aber auch aktiver werden und sagen, ja, ich suche mir dann halt zehn verschiedene Partner. Und dann ist es halt Ihr individuelles Ziel, aus diesen zehn Leuten dann auch nochmal Geld zu generieren. Weil das geht in die verschiedene Ebene. Manchmal haben wir die vierte Ebene, je nach Programm, manchmal die fünfte, manchmal noch weiter. Und wo es am Ende irgendwann mal ein Finish findet, das wissen wir jetzt noch nicht. Wir wissen ja noch nicht, welche Programme hier noch alle hier erleben dürfen werden. So, wir haben ja gut bis zu 125 Prozent pro Jahr. Und die Marketingprogramme, die ich kurz angelossen hatte, mit aktiven Partnern bieten natürlich dann am Ende auch noch attraktive Profitmöglichkeiten. So, die, unsere, unsere, ich sage es mal, die Geschäftsleitung von WebToken Profit ausschließend natürlich vielversprechende Finanzinstrumente, die wir haben sicherlich erlebt, ja, dass wir WebToken Profitgruppen und Chats auch mehrere Sprachen nutzen, heute hier natürlich auch in Deutsch. Über 100 Sprachen ist das Ziel. Wir sind, glaube ich, bei momentan über 70 oder über 75, die wir schon damit integriert haben. Und natürlich werden wir weltweit noch untere oder kleinere Communities aufbauen, sodass man in verschiedenen Ländern auch auf verschiedene Situationen eingehen kann. Ja, was sind Ihre Vorteile der Zusammenarbeit mit WebToken Profit? Sie werden immer einem Team von Fachleuten aus verschiedenen oder aus verschiedenen Trendtechnologien gegenüberstehen. Sie investieren also auch in Fachleute, die sich mit verschiedensten Technologien auskennen. Es gibt ja einen klaren, einen strukturierten Plan über die Entwicklung und die Zielsetzung des Unternehmens. Das Ganze soll immer in hoch profitablen Bereichen liegen. Die Firma oder das WebToken Profit garantiert Ihnen eine Rentabilität und Profite. Meiner eigenen Erfahrung nach kann ich dies soweit bestätigen. Ich tue das auch sehr gerne. Multilevel Marketing, weil ich vorhin ansprach, dass Sie natürlich auch von Ihren Partnern, die Sie mit ins Spiel bringen, mit ins Boot holen, profitieren werden. Und weiterhin natürlich die Implementierung und Stabilisierung mit diesen verschiedenen Programmen der WEC-Kryptowährung und natürlich stets Transparenz und Offenheit des Verwaltungsteams. Das kann ich wieder von meiner Seite her selbst bestätigen, weil ich hatte, wie gesagt, ganz am Anfang viele Male Kontakte mit meiner Upline und mir wurde jederzeit offen und ehrlich geantwortet. Mir wurde geholfen, mir wurden Vorschläge unterbreitet, wie ich etwas investieren kann, profitabel investieren kann, vielleicht sogar noch besser investieren kann. Und das finde ich halt auch sehr wichtig. Es findet auch eine gewisse Kommunikation untereinander statt. Sie selbst haben natürlich jetzt die Möglichkeit, das müssen Sie für sich selbst entscheiden, ob Sie mal den ganzen mit rein schnuppern wollen und das ganze System, ob Sie mit Partner werden wollen und in dieser Token Profit Community, ob Sie sich uns anschließen wollen. Ich habe es kurz erwartet, alles, was hier drin steht, dass wir ein gewisses Wirtschaftssystem in sich aufbauen und natürlich hier einen internationalen Handel natürlich dann damit betreiben können, weil wir aus allen Ländern dieser Erde wahrscheinlich dann Mitglieder werden haben. Und demzufolge bietet auch so ein eigener Coin, in diesem Fall natürlich der WEC, eine gewisse Transparenz in der Lieferkette Rückverfolgbarkeit und Handelsfinanzierung. So, wir werden natürlich auch die Interessen aller internationalen Handelsteilnehmer auf Waren, die Dividenden teilen und Blockchain-Technologien einsetzen. Das ist ja ganz klar, das ist ja das Hauptaugenmerk, dass wir diese Blockchain immer weiterentwickeln. So, die Mission der Plattform besteht darin, jedem Partner zu ermöglichen, Aktivitäten in Bezug auf den Kauf und Verkauf von Waren. Das sprach ich vorhin an, als ich gesagt habe, wir möchten auch natürlich irgendwo Partner finden oder Partnerprogramme integrieren irgendwann, die vielleicht sogar den Kauf von irgendwelchen Waren. Das sind Autos, Fernseher, irgendwas elektronische Geräte sein. Natürlich auch den Kauf und Verkauf von Crypto-Essets. Dafür haben wir ja auch schon unsere eigene Crypto-Bürse installiert. Ja, und weitere Dienstleistungen natürlich, die mit Hilfe von WEC-Coins unabhängig auszuführen sind. Ja, dann sind wir auch, glaube ich, am Ende der Folie angekommen. Wie gesagt, ich muss mich ein bisschen entschuldigen dafür, dass ich die Folie noch nicht kannte. Ich musste da ein bisschen ablesen, um Ihnen da Schritt für Schritt nach vorne zu helfen. Das hat mir ein bisschen auf meinen Plan gebracht, aber das ist alles nicht so schlimm. Wenn Sie denn Fragen haben, irgendwann zu irgendwas, wird Ihnen Ihre Upline helfen. Sie können sich gerne an mich wenden. Wir sind auch im deutschen Chat, natürlich im deutschen Telegram-Channel immer erreichbar. Nutzen Sie einfach die Möglichkeit, was ich Ihnen sagen kann, was ich Ihnen auch als Sicherheit mitgeben möchte, ist, dass ich es als wirklich sehr, sehr skeptischer Mensch getestet habe, praktisch. Und ich kann Ihnen mitteilen, dass alle Dinge, die ich jetzt mittlerweile angeschoben habe, für mich persönlich, also nur für mich persönlich, dass diese funktionieren. Ja, ich konnte Profite daraus erzielen, genauso wie sie angegeben waren. Und das ist sehr wichtig. Ich finde, 30 Dollar zum Beispiel umgerechnet 30 US-Dollar ist eine Investition, die jeder machen kann. Natürlich, ohne Frage. Wenn Sie irgendwann mal meine Begegen als Ziel haben, ich möchte 10.000 Dollar in irgendwelcher Zeit irgendwann erwirtschaften, dann geht das natürlich ohne Frage schneller, wenn Sie da 1.000 Dollar investieren. Das ist erstmal Fakt. Aber wie gesagt, das ist nicht notwendig. Sie können mit 30 Dollar starten, das dauert halt einfach nur ein bisschen länger, aber Sie kommen auch an ihr Ziel, weil Sie hier bei WebToken Profit garantierte Gewinne und Profite erzielen werden. Das ist ein sehr interessantes Projekt. Wie ich finde, die Community wächst ständig. Es wird natürlich demzufolge auch viele neue Ideen geben. Ja, also Sie müssen mal die ganze Tragweite von dem Projekt versuchen zu verstehen. Es geht jetzt heute, wir haben jetzt die Folien vom WebToken Profit größtenteils nur vom Binary-System mal kurz angerissen, noch gar nicht mal so offengelegt. Oder wir können es auch noch nicht offenlegen. Es wird den nächsten Programm geben. Ich darf das jetzt so noch nicht sagen, ja, selbst nur allein dieses Programm, was jetzt Anfang auch gestarten wird, das wird eine Wirkung auf die Entwicklung des WEC-Coins haben. Ja, das können Sie sich noch nicht vorstellen. Also wenn Sie nur mal bereit sind, jetzt einfach mal zu sagen, vielleicht ich probiere das einfach, ich versuche das einfach, ich nehme mal umgerechnet 30 US-Dollar und starte hier. Sie werden sehen, es ist unbeschreiblich, was dann für eine Kraft dahinter stecken wird. Und schon in sehr kurzer Zeit wird sich der WEC-Coin sehr positiv entwickeln. Aber wie gesagt, das ist nichts, was Sie tun müssen. Ich wollte Ihnen heute im deutschen Webinar einfach mal helfen, meine Erfahrungen hier mitzuteilen. Mit Hilfe der Folie hier, die wir haben und da bin ich jetzt auch aktuell am Ende angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie mit dabei waren und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und kann dem Roman sagen...